So, willkommen zurück zur nächsten Folge Final Fantasy 7 Und irgendwie sind hier alle am Ratzen und was weiß ich, was nicht alles Wir sind gefangen genommen worden, aber die Tür ist auf Alter, dann wächst sie halt auf, Junge Die Tür ist offen, wann ist sie aufgegangen? Ja, ich würde auch alleine losgehen, du hast vollkommen recht Okay, der ist K.O. Was ist passiert? Mach tiefer, halt auf Tiefer, mach rauf Aha, endlich Was ist los? Irgendwas ist los, schau raus Was wohl passiert ist? Er müsste den Schlüssel bei sich haben Komm tiefer, bring Aerys Ich helfe Barret und den anderen Barret, Red 13, kommt mit mir Okay, weird Wie seid ihr reingekommen? Warum ist die Tür offen? Okay, aber die anderen Zellen kann ich nicht offen, um da zu gucken Was zum Teufel ist los? Das kann kein Mensch gemacht haben Ich gehe weiter Okay Ich freue mich auf, dann könnt ihr schon mal weiter gehen Und lasst euch nicht von den Schindra fangen Komm, gehen wir mit Red 13 Oh, ist klar Alles, alle hier sind K.O. Oh, das ist eine riesige Blutschneise hier Halleluja Der Reaktor ist auf Ja Diese Genova ist frei Die hat jetzt null Substanzen Das ist doch nicht wahr Gift, okay Also ich weiß nicht Mir gefällt das Substanzensystem Muss ich ganz ehrlich sagen Nicht besonders gut Weil jetzt habe ich halt Ich weiß ja nie, welche Gruppe ich bekomme Also gehe ich davon aus, dass es am besten ist Wenn ich meiner Gruppe halt die Substanzen gebe Die ich habe So Jetzt hat sie halt im Moment gar keine gehabt Okay, also die kriegt Feuer Und die kriegt alle Die kriegt Wiederherstellen Und die bekommt Gift Hab ich bei der anderen keinen Platz, glaube ich Nee Aber ich habe zwei Healer jetzt in der Gruppe Erstmal dabei Genova Subjekt Sieht aus, als wäre es im obersten Stock Mit dem Aufzug für Subjekte Ich finde das mit dem Substanzsystem Wirklich ein bisschen uncool Weil Man kann einfach halt keine Klassen Wirklich bauen hier beim Spiel So kommt es mir zumindest mal vor Und prinzipiell kann ich jeden Charakter Mit allem ausstatten Ich weiß nicht Ich finde Es macht auch viel mehr Spaß Wenn man halt eine Party hat Wo man bestimmte Klassen hat Wo man dann weiß Wer hat welche Aufgabe Und wie man sie halt dann einsetzen kann Wie es zum Beispiel bei Final Fantasy 6 ist es offensichtlich Wie die Klassen verteilt sind Oder auch bei Final Fantasy 9 letztlich auch Bei Final Fantasy 10 genauso 8 ist dann nochmal anders Wobei man selbst da Ja Drei Klassen im Endeffekt baut Sieht aus, als ging es nach oben Selbst da ist es ja im Endeffekt so Dass man halt eben Mit den GFs Also mit diesen Mit diesen Monstern Die man an seine Charaktere koppeln kann Und über die Kopplung Und was für Werte Man da halt eben bekommt Baut man ja letztlich Dann auch wieder Klassen Ah super Selbstmord Okay Ist nicht so wild So Hier Bei Final Fantasy 7 Jetzt im Moment Das ist Das ist halt Es ist völlig egal Wem ich was gebe Letztlich So kommt es mir zumindest mal vor Okay Feuer Bringt nicht so richtig viel Mache ich mal einfach Heilung Der Bub macht Kreuzschlag Und du greifst an Okay Da ist mir jetzt zum Beispiel Was auch gefallen Es ist halt blöd Wenn das Wenn der Gegner jetzt Unempfindlich gegen Feuer ist Dass ich Nur Charaktere habe Die im Moment halt Feuer Beherrschen Als Zauber Das sollte ich ändern Dann gebe ich Tiefer halt Jetzt Eis Und Eris Gebe ich anstatt Feuer Blitz Das kann sie wieder herstellen Gift Blitz Und Blitz auf alle halt Okay Weiter geht's Dann schauen wir mal Was die gute Genova So gemacht hat Ey Blutschneise wie die Sau hier So jetzt können wir auch hier durchgehen Crazy Hätten wir ja jetzt gerne noch einen Snack geholt Oder so Ja und Jetzt Wo geht's jetzt weiter Aufzug kann ich nicht benutzen So Hier lang Ich muss auch wirklich sagen Ich finde das Areal jetzt hier nicht so besonders spannend Das ist halt irgendwie so ein Bürokomplex Also Fantasy schreit das jetzt nicht direkt Ja ich will wirklich speichern So Weiter geht's Random Encounter Aber die Gegner werden auf einmal merklich stärker Blitz gegen alles So Du machst Ein Eis gegen das Der andere Eis gegen den anderen So Und gewonnen Das ist schon krass Über dem Blut auf dem Boden Machen sie das Game Aber ganz schön Mature hier So Alles weiter nach oben Wahrscheinlich war da irgendwo eine Kiste Die ich jetzt nicht mitgenommen habe Aber Der Shinra-Ochse ist auch tot Ja man Der Shinra-Ochse ist tot Er ist tot Der Chef von Shinra Inc. ist tot Dann muss dieses Schwert Sephiroth gehören Sephiroth ist am Leben Sieht so aus Nur Sephiroth kommt dieses Schwert benutzen Ist doch egal wer es war Es ist jetzt das Ende der Shinra Uh Nix da Bitte bring mich nicht um Was ist passiert? Sephiroth Sephiroth ist gekommen Hast du ihn gesehen? Hast du Sephiroth gesehen? Ja Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn mit eigenen Augen gesehen Du hast ihn wirklich gesehen? Würde ich dich in einem solchen Moment anlügen Und ich hab auch seine Stimme gehört Er sagte Dass er uns das verheißene Land nicht überlassen will Und dann? Soll das heißen Dass das verheißene Land wirklich existiert Und dass Sephiroth hier ist Um es vor den Shinra zu retten? Er ist also ein guter Das verheißene Land retten Ein guter Keinesfalls Es ist nicht so einfach Ich kenn ihn Sephiroths Mission ist eine andere Rufus! Mist! Den hab ich ganz vergessen Wer ist das? Vizepräsident Rufus! Der Sohn des Präsidenten Er zeigt uns doch einfach mal Sephiroth, Herr Gott Ich hab gehört Du bist ein Badass, Leute Bist ein Badass, Leute Also, Sephiroth war übrigens tatsächlich hier Wer seid ihr Typen denn? Ich bin Cloud Ich bin Cloud Ehemaliger Soldat erster Klasse Ich bin von Avalanche Balsch Ein Blumenmädchen aus dem Slum Du bist ne Säuferin Hehehe Ein Forschungsobjekt Was ne Bande Also, ich bin Rufus, der Präsident von Shinraing Du bist nur Präsident, weil dein Alter gestorben ist Stimmt Du kannst dir meine neue Antrittsrede anhören Der Alter versuchte die Welt mit Geld zu kontrollieren Scheinbar hat das funktioniert Die Bevölkerung hat gedacht, dass die Shinra sie beschützen würden Arbeiten bei Shinra, den Lohn bekommen Wenn ein Terrorist angreift, dann hilft ihnen die Shinra-Armee Sieht von außen perfekt aus Aber ich mach das anders Ich werde die Welt durch Furcht kontrollieren Die Methode meines Alten ist zu umständlich Ein klein wenig Furcht kann die Herzen der Menschen kontrollieren Es besteht kein Grund, Geld auf die gemeinen Leute zu verschwenden Er hält gerne Reden, genau wie sein Vater Hau mit Eris aus diesem Gebäude ab Was? Ich erklär's später Barret, das ist die echte Krise für den Planeten Was zum Teufel soll das heißen? Ich sag's dir später, glaub mir einfach Ich gehe, wenn ich mich um ihn gekümmert habe Okay Cloud Okay Äh, Riz Cloud Gerade ist mir was eingefallen Ich warte auf Cloud Schnell, alle zum Aufzug Hm, ab jetzt wird's bestimmt ziemlich übel Wir sollten unsere Ausrüstung überprüfen Boah, das ist jetzt natürlich mies Ich lass die jetzt einfach mal so Ich glaub, ich hab nämlich noch genug andere Substanzen Ja genau, die hat ja ein bisschen was Die kann heilen Barret Barret kann ich immerhin Feuer geben Und erkennen Gebe ich Red 13 halt auch mal prophylaktisch Feuer Erkennen Feindes können, was auch immer das sein soll So Also dann sind wir jetzt wohl mit denen hier alleine unterwegs Und ich soll zum Aufzug laufen Hier ist ja auch ein Aufzug Na, oh Herrgott, Spiel Ab zum Aufzug Ahn, das klar Ahn, das klar Zusatzartile Ja man, Barret hat Machtschlag Bam Versteckte Artiller Alles cool noch Ich vermute ja mal das Gift gegen das Maschinending ja nichts bringt Komm Ist egal was es aushält Wir hauen drauf Kaputt Nee Ich hab halt nur Feuer Das ist scheiße Ich weiß halt jetzt aber auch nicht halt Wenn ich jetzt Cloud und Tifa den Kram weggenommen hätte Hätten die den später nochmal benutzen dürfen Keine Ahnung Woher soll ich das wissen Slit zahlen Okay, gucken wir mal was der Slit zahlen kann Bam Nice Okay Jetzt wäre es doch so langsam mal Gar nicht verkehrt, wenn ich geheilt hätte Verdammte Scheiße Erreichen nicht möglich Sensor Kanone wird geladen Okay Das ist crap Er sieht halt am wenigsten aus Von allem Das ist doch mal Erkennung Ich kann das Ding jetzt im Moment nicht angreifen oder was Hunde oder Schütze Okay Das Ding hat noch nicht gegenüber Blitz Ja, das habe ich gemerkt Ist geladen Schlecht Verteidigen Verteidigen Zu spät jetzt Ja, sogar Okay Heilender Wind Das heilt alle Das ist sehr schön Kann ich das Ding denn jetzt wenigstens wieder treffen Ja, mit Feuer treffe ich es Sensor Kanone wird geladen Ich kann es nur mit den normalen Angriffen nicht treffen Das ist alles Also drauf So wild war die Sensor Kanone ja nicht Also Machen wir das Ding jetzt platt Geil, ich darf sogar noch mal Blitz machen Müsse Ja Das war's Sehr schön Ah Und da kommt der nächste Es ist halt super blöd Ich habe eigentlich nur Eris Die gegen die Dinger was machen kann Das ist echt blöd Ich habe halt jetzt auch ein bisschen skrubelt davor Gerade den Machtschlag zu benutzen Weil ich weiß ja nicht, ob der trefft Ob ich überhaupt treffen kann So Blitz Oh, hättest du doch mal getroffen, du Sack Mach mal erkennen Okay Halten alle so um die tausend aus Also ab drauf mit dem Blitz So, jetzt kann Red endlich auch wieder was machen Ganz ehrlich, ich versuche es Ja, ist ja Latte Ihr habt eh nicht das Gefühl, dass mir hier irgendwas passieren kann Okay, trifft, sehr schön Barrett müsste doch das Ding doch normalerweise mit einem Schuss treffen können Ja Wow Das Ding ist ganz schön kräftig, ey Bad, halte ich mit dem Potion Ja, ja Das ist schon Heavy, wie das Ding angreift So Ist kaputt So Gewonnen Barrett Level 3 12 Mithril Armband Mithril Es muss tiefer gehen Tiefer hat nämlich nur 2 Substanzen Ja, ja Ich will das Menü öffnen Ich habe aber im Moment nur Cloud Ich bin nur noch aufgeregt Ich bin genau Ich bin noch nicht Damit Παfft Einmal Entfernen Das Gerät Du hast Ich kann Es Ich bin Ich bin I Ich bin Aha. Ich drück Kasten, da passiert halt gar nichts. Ach komm, Meister. Warum willst du mit mir kämpfen? Du suchst das verheißene Land und Sephiroth. Hm, genau. Wusstest du, dass Sephiroth vom alten Volk ist? Es ist viel passiert. Ich kann dir oder Sephiroth das verheißene Land sowieso nicht überlassen. Verstehe. Das heißt wohl, dass wir keine Freunde werden. Ja, was ist jetzt mit Tifa? Herrgott. Schrotflinte. Na, erstmal das Kätzchenblatt. Mal gucken, ob Eis vielleicht näher ist. Oh, Barriere. Ist das nur gegen... Es ist weird irgendwie gerade. Ist das nur gegen physisch? Was macht die Barriere, frage ich mich halt. Ich habe halt so ein bisschen Schiss, wenn ich das Limit Break einsetze oder so. Dass dann was zurückgeflogen kommt. Ich setze es trotzdem jetzt rein. Barriere blockt es halt weg. Bringt mir nichts. Das ist halt so ein bisschen Kacke jetzt. Ich kann nur mit Potion heilen. Und der macht, glaube ich, fast so viel Damage, wie ich wegheile. Nein, nein. Zweimal. Nein. Feuer habe ich schon gemacht gegen den. Muss ich auch mal ausprobieren jetzt. Der Fight hier ist natürlich auch pure Dramatik her. Mal wieder. Eis war besser. So, und jetzt für alle... Nur sicher zu gehen. Für alle Fälle. Heil ich jetzt mal. Aber man weiß ja nie, was da vielleicht noch für ein Spezialangriff kommen kann. Scheinlich jetzt sogar nochmal. Dann müssten wir eigentlich soweit sicher sein. Limit Break bringt ja nichts. Weil er seine Kacke-Barriere offen hat. Ich würde auch gerne mal wissen, wie viel hält der Typ denn jetzt aus? Ja, es war am besten. Ein bisschen zumindest. Ha, das war's für heute. Alles nehmen. Alles nehmen. Okay, ab zu tiefer. Aber erst speichern. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende der nächsten Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann morgen mit der letzten Folge schon für die Woche. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir dann aus dem Shinra-Gebäude auch wieder raus sind. Und dass wir dann mit neuen Sachen konfrontiert werden. Also bis morgen. Ciao, ciao.